REMAX Lebenstraum Immobilien Auf einer ruhigen Spielstraße gelegen im schönen Stadtteil Fasangarten befindet sich auf einem parkähnlich angelegten Grundstück eine kleine Wohnanlage, bestehend aus zwei kleinen Mehrfamilienhäusern. Im Gebäude hinter mir steht zum Verkauf eine 3-Zimmer-Dachgeschoss-Galeriewohnung, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Auf dieser Seite des Flurs befinden sich das Kinder- oder Arbeitszimmer und das Schlafzimmer, beide mit hochwertigen Einbauschränken, sowie das Hauptbadezimmer. Der Flur öffnet sich zum Wohn-Ess-Bereich mit einer vorgelagerten Westlogger. Auf dieser Seite findet sich die praktische Küche mit sehr hochwertigen Einbauten. Highlight der Wohnung ist darüber hinaus sicherlich die Galerie über mir, die sich hervorragend eignet als erweiterter Wohn- oder Arbeitsbereich. Wenn ich mit dieser kurzen Führung Ihr Interesse geweckt habe, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Wohnung oder für einen Besichtigungstermin zur Verfügung. Vielen Dank für's Zuschauen.